Hallo! Und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro! Ja, da ist mein Raum. Willkommen zurück. Lass mich doch erstmal joinen. Ich spiele mit Kaiba gegen... Gozaburu. Kaiba! Der einzig wahre echte Kaiba. Dir ist bewusst, dass Noah und Mokuba eigentlich mal adoptiert sind. Hä? Dass Noah adoptiert ist? Was? Nicht Noah. Du hast gerade Noah und Mokuba gesagt! Naja, dann hab ich mich halt voll vertan. Seto natürlich. Noah ist ja das eheliche Kind. So! Ah, das wird jetzt echt interessant. So, dann viel Spaß. Äh, nein. Erstmal noch nicht. Geht das hier bei der Grund-ATK aus? Wovon geht's hier aus? Ich hab eigentlich einen ganz guten Start, aber ich bin nicht zufrieden damit. Was ist denn jetzt so aus? Ich muss mal Grund-ATK ausgehen. Oh, erst mal ein Tag voller Frieden, damit jeder eine Karte zieht. Okay. Okay, dann setze ich das hier. Dann setze ich den hier. Greif ruhig an. Dank einem Tag voller Frieden kannst du mir keinen Kampfschaden zufügen. Aber anderen kannst du. Ah ja. Aber anderen kannst du. Ja, gut. Eine Tomate. Die andere Textur von der Tomate habe ich ja als MLP-Ding. Hättest du mir sagen müssen, dann hätt ich die andere benutzt. Das fühl ich gar nicht so die Tomate an. Nee, wer bin ich? Ein Tomatenkämpfer. So, jetzt kannst du mir wieder Kampfschaden zufügen. Der Tag des Friedens ist vorbei. Ja, es war nur ein Tag. Dann setzen wir mal den. Und den wieder in Angriffsposition. Warte, warte, was? Ah ja, logisch. Ich habe Schaden bekommen. Das gehört sicher. Ja, warum solltest du denn keinen Schaden bekommen? Ups. Yes. Was? Oh. Die Qual der Wahl. I see. Und dann möchte ich noch... Nein, nein, nein. Ich brauche... Ich brauche dich. Weiß ich nicht. Nein. Das wäre doch eigentlich nicht schlecht. Oh Leute, das kann ich auch aufmachen. Ich kann das ja alles gleichzeitig öffnen. Alter, sieht das gerade aus. Okay, du entscheidest, welche davon ich kriegen darf. Äh, ich gebe dir nicht die göttliche Wohltat, kannst du vergessen? Hä? Please confirm. Ja. Ja, okay. Du hast mir eine Exodia-Teile gegeben. Okay. Was sollst du? Celestia-Teile. Ja, okay. Hey, kranker Arsch. Was? Ja, wenn du Celestia einfach zerteilst. Sagst du, du bist Fan von ihr? Nein, ich bin Fan von Luna. Luna Best Princess. Warte los. Ich weiß nicht mal mehr, welche das ist. Jetzt kannst du ja irgendwie vom Namen her denken, oder ehe ich mich... Greif mal an. Ich habe hier eine mystische Tomate, die will zerschlagen werden. Eine mystische Tomate. Und das, äh, der Holo, das Holo-Bild von der Tomate ist das von der anderen Tomate. Ach was, du kannst sogar mit beiden angreifen, weil du ja ein anderes Monster hast. Mhm. Das auch vom Typ Drache ist. Endlich kann dein Höhlendrache mal angreifen, Gigi. Und jetzt habe ich noch ein Monster. Ach komm. Nein. Du willst mir Lebenspunkte abziehen? Erstmal muss er meiner Verteidigung vorbei. Aua. Das halte ich nicht mehr lange aus. Ja, töte den, töte den, töte den. Der muss in den Friedhof. Ach mein Gott, das Celestia-Teil. Das ist auch eine M.E.P.-Karte. Echt jetzt? Was, was ist für was? Ach, das ist eine Spielmarke. Ach nee, das ist... Ach so, das ist ein Fallenmonster. Ja, genau. Äh, warte mal, ich kann es anklicken. Ach so. Das tut dir doch jetzt 1500 Lebenspunkte. Du bist da richtig bescheuert. Ups, das ist ja so viel Verteidigung, fuck. Mit selbst ist da 3000 Defens. Die Abol-Flatterschein ist schon sehr heftig. Ich kann nichts tun, außer mich zu verteidigen und hoffen, dass ich mich weiter verteidigen kann. Ja. Ähm. Ja. Das bringt mir effektiv gar nichts. Du brauchst erstmal ein starkes Monster. Und du solltest versuchen... Ja, keine Ahnung. Ich sag dir nichts. Ich komm genau auf 3000, das ist aber nicht genug. Wenn du net fragst, gebe ich meinen Monster in Angriffsposition. Was? Weil ich das überhaupt wechseln kann. Bist du bescheuert? Warum willst du denn so ein Monster in Angriffsposition tun? Wenn du mir versprichst, mich nur dann anzugreifen, wenn ich es möchte. Wer wäre das was? Ist der auch noch für ATK? Mein Gott, man, Alter. Ja, keine Ahnung. Ich mach jetzt erstmal dein anderes Monster weg. Perfekt, danke. Damit hast du dein Schicksal besiegelt. Ach echt? Ach fuck, ich hab zu viele Karten auf der Hand. Äh. Äh. Ich weiß. Ich hoffe, die Karte hat vielleicht nicht immer im Rauchen. Äh. Okay. Willst du nochmal drei Runden warten? Da ist meine Bazille aufgedeckt. Oh. Vertrag mit Celestia. Ich hab ihn jetzt auch schon total übersetzt. Also mal, das wäre nicht schlecht. Wenn ich das jetzt nochmal lässt, dann mach ich das. Was ist das denn? Ach so, okay. Ich mach jetzt mal was. Mal gucken, ob das was bringt. Oh, nee. Da ist den tatsächlich zerstört, Glückwunsch. Hä? Lange ist noch nichts passiert. Hä? Was muss ich denn jetzt auswählen? Ach so, dann kann ich wegschmeiß. Äh. Äh. Den da. Obwohl, das wäre theoretisch schon schlecht, wenn ich das dann mitkomminiere. Exodia Negros kann weder durch Kampf noch durch Zauber und Fallenkarten zerstört werden. Ach so, wegen deinen anderen Exodia-Teilen, die er am Frieden kriegen. Okay, aber ich hab, äh, ich hab, ach so, du hattest noch einen Negros auf der Hand, den hab ich weggemacht, okay. Ja, genau. Aber soll der Monster nicht auch stärker werden? Musst denn mehr Karten da liegen? Irgendwie ist er jetzt nicht wirklich stärker. Boah, willst du mich verarschen, ey? Kann ich gar nicht auf ihn ausrüsten. Kack. Ach so. Hä? Hat es dann jetzt überhaupt nichts gemacht? Ja, ich hab das andere Mal zu ausrüsten müssen. Und der hat null Artikel, also hab ich null Schaden bekommen. Ja, ja, und der ist kriegt. Boah, jetzt wollte ich mich grad beschweren, dass ich's endlich geschafft hab, das blöde Ding zu spielen und du machst mir alles kaputt. Aber er ist immun, er ist immun gegen Zaubern, vor allem Karten. Und du kannst nicht angreifen. Dank meinen verräterischen Schwertern kannst du nicht angreifen. Und meine verdeckte Fallenkarte, die dich bedroht, ist auch. Aber ich dachte, der kriegt mehr ATK, aber irgendwie hat er das grad nicht. Ja, aber abschalt ab, man, während jeder meiner Standby-Phase ist, ich bin doch noch nicht dran. Ach so. Nur dann. Deswegen muss er jetzt ein bisschen überleben, deswegen ist die verräterischen Schwerter da. Da muss jetzt stark genug werden, dass du mir keinen Schaden mehr zufügen kannst, wenn du mich angreifst. 1200, dann bin ich Game Over, wenn du jetzt angreifen könntest. Du kannst nicht angreifen. Ich weiß. Jetzt würdest du mir noch 700 abziehen, dann würde ich's schon überleben. GG. Also das Monster wäre dann. Ah ne, warte, das kann auch nicht zerstört werden durch Kampf. Richtig, das Monster ist dann immer noch da. Ich werfe einmal Exodian Necros ab. Und das heilige Begräbnis. Dann setze ich diese Karte und dann aktiviere ich Topf der Gear. GG. Ich aktiviere. Oh, ich hab ne richtig gute Idee, da müsste ich nur mal lesen. Äh, warte, jetzt mach ich meine Monster weg. Fuck. Tschüss. Ähm, aber das darfst du nicht negaten, oder? Okay. Glückhaft. Hm, dein Monster hält doch immer wieder ATK. Woran liegt das? Na, an dem, was da steht. Während jeder dann das vorbeifacelt. Ja. Diese Karte hält 500 ATK. Fertig. Ja, aber das muss doch an einem Teil liegen, oder nicht? Oder ist das generell der? Ah, so zählen werden. Zauber schon. Kapitel Kampf, Zauberkarte fähig werden. Jeder ist in Waffe. Es sei denn. Hä? Funktioniert sie anders, als du sie in Erinnerung hast, oder was? Ja, im Anime war das so, dass jedes Teil der Exodia einen anderen Effekt von dem Monster getriggert hat. Aber ihr steht nicht da, welcher Teil welcher Effekt ist. Ja, es ist egal. Hauptsache, alle fünf Exodia-Teile sind im Friedhof. Okay, was ist, wenn jetzt ein Teil vom Friedhof weggehen würde? Was wird dann passieren? Dann ist mein Monster tot, Mann. Instant. Dann wird mein Monster zerstört. Instant. Wenn du jetzt Wiedergeburt benutzt, ist mein Monster vernichtet. Das will ich sehen. So verstehe ich den Effekt. Wow. GG, das ist die unglaublich unbesiegbare Exodia Necros. Mit Wiedergeburt ausgestellt. Lass mich mal, wie stark Wiedergeburt ist hier. Kannst du wieder haben. Kannst nicht angreifen. Oh. Wenn jetzt... Gut. Die andere habe ich Out zerstört. Das heißt, du kannst eigentlich nur noch einen im Deck haben. Äh, nee, gar keine. Ah. Dann ist dein Deck eigentlich gebrochen, oder? Ich habe... Also, im Friedhof sind dreimal Exodia Necros. Ja. Hm. Ja, ich bin jetzt eigentlich ziemlich am Ende. Was hast du noch für Karten drin? Nur Ziehkarten, oder wie? Äh, ich habe zweimal Vertrag mit Exodia. Der bringt mir nichts mehr. So, jetzt will ich auch erst mal angreifen. Du hast recht. Ich habe... Ähm, ich habe kein Monster mehr. Nee, du machst jetzt nicht... Fick dich. Ich habe gesagt, jetzt will ich aber erst mal angreifen. Aber du mit deinem scheiß schwerer Sturmann. Ich habe kein Monster mehr im Friedhof. Ich gebe jetzt auf. Nein. Wie, nein? Schau mal, ich habe im Friedhof... Ja, warum hast du dann die Karte aktiviert, um zu verhindern, dass ich dich doch Kampf besiege, wenn du aufgeben willst? Weil ich mir dachte, ich benutze die noch, wenn ich sie schon darf. Eigentlich... Äh. Ey! Ich habe gesagt, nein. Nein, du hast mir gesagt, ich hätte die Zauberkarte nicht aktivieren sollen. Ja, genau. Und genau deswegen musst du jetzt ausharren, weil du die Karte aktiviert hast. Ah, jetzt wirst du einen Exodierter da reinschmeißen. Woher wusste ich das? Äh, okay, was schmeiße ich denn weg? Ah, das geht nur noch krampf. Okay, dann bringt mir das nichts. Ich hoffe, ich werde die Karte nicht brauchen. Ja. Ist das auch eine Ponykarte bei dir? Äh, nein. Ich wüsste auch nicht, wie die ausschauen sollte, ehrlich gesagt. Du kreist nicht an, Ernsthaft. Wieso denn? Du hast einen Tag voller Frieden gespielt. Das würdest du eh keinen Kampfschaden erleiden. Ah, ich dachte, du merkst es nicht. Glaubst du, ich bin blöd, oder was? Gefällt dir meine Riesenvazille? Also, die Mystische Tomate ist das einzige Monster, das ich noch in dieses Deck getan habe, abgesehen von Necros und den Exodia-Teilen. Nur so, dass du es weißt. Sonst wäre es mir ein bisschen zu wenig Monster gewesen. Das heißt, ich arbeite gerade nur mit Zauber- und Fallenkarten so lange, bis ich... Naja, kann auch funktionieren. Es gibt ein reines Zauber-Kartendeck. Das ist ein Tag, der Exodia-Nekros spielen kann. Ohlala, ist die öfter als einmal drin. Äh, alle Karten, die er tatsächlich benutzt hat, darf ich dreimal reinhauen. Das ist meine Regel. Ich glaube, das Flutterstoff-DG immer auf eins limitiert war, aber gut. Es ist sogar auf null limitiert, wenn ich so genau da müsste. Es geht mir auch nicht um die aktuelle Bannliste. Es geht mir schon um damals. Oh, ist Flutterscheid weggeworfen. Ich brauche die Karte, mit der ich alle fünf Teile auf dem Friedhof schauen kann. Naja. Was genau tut der? Der bufft sich selbst. Ja, genau. Ich kann es nicht angreifen, mir egal. So, setzen wir noch ein, Jhin. Was bringen dir all diese Monster, wenn sie dich angreifen können? Da stehen und dich angreifen, sobald es geht. Noch kannst du nicht und ich lasse es auch nicht zu. Du wirst niemals angreifen können, denn ich habe verräterische Schwerte noch zweimal auf die Hand. Oh mein Gott. Du spielst den wirklich? Läuft. Der hat... Ich wusste nicht, dass der wieder auf die Hand geht. Steht aber da. Hä? Und das bedeutet, du wirfst eine weitere Exodia-Karte auf deinen Friedhof. Genau. Jetzt sind es schon drei. Ja. Irgendwann nochmal... Mach da nochmal für Erdreichchen. Irgendwann kriege ich meinen Negros. Ich habe schon alle Karten in der Hand dafür. Ja. Aber mein Friedhof schaut noch nicht gescheit aus. Hast du denn nicht in den Exodia-Teilen liegen? Und du hast... Aber du hast keine auf der Hand von denen, oder wie? Ich habe keinen Exodia-Teilen auf der Hand, nein. Ist auch nichts, was ich haben möchte. Ja, wenn dann, dann kannst du einfach warten, bis deine Hand so voll ist, dass du Karten abwerfen musst. Oh, das brauche ich gar nicht. Ich habe zwei Karten in der Hand, mit denen kann ich eh eine abwerfen. Elegante Wohltäterin und Geschäfte mit der finsteren Welt. Aber ich benutze die natürlich erst dann, wenn ich auch eine habe, die ich abwerfen möchte. Sonst wäre es ja... So... Nicht sinnvoll. Los, versuche anzugreifen. Ich spiele mal den hier. Ja, genau. Man, selbst wenn ich Exodia-Nekros kriege, du hebst die einfach nur Wiedergeburt auf, bis ich das Monster gespielt habe und dann zerstört sich es gleich wieder. Oder alternativ, du machst mich fertig in der Zwischenzeit, während mein Monster noch schwach ist. Oder ich habe noch eine alternative... Typ Unterhaltel. Habe ich auch noch da, gut. Schau mal, was ich wegwerfe. Jetzt habe ich einfach das gezogen, lol. Oh, fuck, jetzt muss ich ja eine Karte wegwerfen. Ja, richtig. Steht ja da. Den da. Hätte ich auch gemacht. Komm schon, gib mir das fünfte Teil, ich will mein Monster endlich spielen. Ja, fick dich doch. Na, aber egal. Ich aktiviere nämlich Qual der Wahl. Damit wirst du dein letztes Teil auch wegschmeißen. Potenzial. Je nachdem, was du mir in die Hand gibst. Ja, weiß ich nicht. Dafür muss ich ja die Karten erstmal sehen. Ah, das ist... Ach, fuck. Ich muss mein Feld leeren. Warte mal, welcher habe ich jetzt ausgewählt? Dich will ich nicht auswählen. Ich wähle dich und dich. Hä? Mann, das ist so bescheuert animiert. Ich habe jetzt nicht gecheckt, ob ich... Da müsste jetzt zweimal Qual der Wahl dabei gewesen sein. Ja, war's. Und einmal das Exodia-Teil. Und andere Zauberkarten. Ja. Selbst wenn du mir das Exodia-Teil gibst, kann ich es gleich abwerfen. Keine Sorge. Achso, ich muss einmal ein Rechtskling machen. Das waren echt nur Zauberkarten. Ja, genau. So, aber dann aktiviere ich halt einfach mal das. Die elegante Wohltäterin. Wen möchte ich ihn wegschmeißen? Oh, Exodia, du bist so ein unnützes Ding. Ganz im Ernst, es wäre leichter gewesen, wenn ich mir die einfach alle auf die Hand gegeben hätte. Ja, stimmt wohl. Alle einmal auf die Hand und dann schmeißte zwei davon weg. Das macht alle Monster tot, kann das sein? Vielleicht. Ist wie Regegi, nur dass ich noch was abwerfen muss. Dann aktiviere ich die Karte, solange ich noch kann. Kann daran was ketten? Äh, so. Oh, du bist jetzt ein Monster aus meinem Spiel. Und ich habe nichts, um es zurückzuholen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Das heißt, das einzige Monster, mit dem ich jetzt noch spielen kann, sind meine drei mystischen Tomaten, die ich noch im Deck habe. Fast, okay, cool. Drei mystische Tomaten, ja, die sind es wert. Ja, okay, das macht echt. So, mach, beschwör was. Oder mach nichts, was weiß ich. Ich verbanne meine ganze Hand. Warte, hä, wieso? Gerade eben konnte ich sie noch benutzen, jetzt nicht mehr. Ja, keine Ahnung, was steht denn da? Zwei oder mehr, Mann, doch egal. Zwei oder mehr. Zwei ist doch richtig. Egal, ich weiß echt nicht, wie ich das noch gewinnen soll. Ich muss es irgendwie schaffen, mit mystischer Tomate dich anzugreifen. Das wird lustig. Mit mystischer Tomate? Ja, pass auf, das wird sehr witzig. Na, der da ist schwächer als die mystische Tomate. Oh, ich habe wieder vergessen, dass die Donnerdrachen keine Drachen sind. Du hast aktuell zwei Monster, die schwächer sind als meine mystische Tomate. Oh, fuck. Ich glaube, der ist nicht schwächer als eine mystische Tomate, oder? Ja, schon gut. Mein Gott. Also dieses Deck macht mir nicht. Typ Drache. Die Donnerdrachen bringen mir ja gar nichts. Die kann ich ja auch nicht für Riogeist benutzen, weil die alle Donner sind und keine Drachen. Ich habe nichts da, um eine verbannte Karte ins Deck zu tun. Nichts. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass du sowas machst. Insofern habe ich jetzt absolut keine Wahl, außer Game Overgen. Ich aktiviere niemals. Das stört mich nicht. Ah, okay. Damit habe ich gewonnen. Du hast recht. Jetzt kommt er wieder mit seinen zehn Tokens. Ja, aber du hast deswegen recht, weil du meine Fallenkarte auch zerstört hast. Du hast gewonnen. Nur noch nicht in dieser Runde. Die müssen noch Farben machen. Die meisten Monster haben Lilanstrahl, aber ich glaube, die sollten... Ich glaube, das ist einfach nur ein Platzhalter. Aber bei einigen anderen ist es ja ein Deck zu Räderstrahl. Willst du jetzt mal einen Riogeist töten? Ich glaube, 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 ich schaffe es dann doch nicht. Ich glaube, ich glaube, die Runde überlebe ich sogar noch. Was ist denn mit dem Effekt der Tomate, Mann? Welcher Effekt? Hast du überhaupt noch eine Tomate in deinem Graveyard? Äh, in deinem Deck? Oh, okay. Scheinbar nicht. Ich habe in meinem Deck nur noch Vertrag mit Exodia und Opfer des linken Arms. Aber ich... Naja, stimmt, das steht ja da. Opfer des linken Arms. Also die Karte, die da benutzt, hast du das nur als wegzutun. Äh, der braucht zwei Opfer. Naja, okay, dann... Spiel ihn halt. Ja, greif noch mal an und mach das Fallenmonster tot. Ach, fuck, kann er ja gar nicht. Ich habe den Gleichtag. Ich sterbe so, wie ich es möchte. Du hast Deckout. Ja, okay, dann stirbst du halt auf Deckout. Ein einziger Schuss wäre gewesen, dass du mit deinem schwächsten Monster meine Fallenkarte angreifst. Aber selbst wenn du das gemacht hättest, dann hättest du noch 1000 Lebenspunkte übrig. Ja. Naja, also das Deck, so funktioniert schon mal nicht. Jetzt will ich sehen, wie du es noch schaffst, mich zu besiegen, bevor ich drankomme. Gar nicht. Lass dich einfach drankommen. Siehst du? Ja, genau, und das ist die Art Niederlage, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das heißt, du hast verloren, weil ich so verloren habe, wie ich es wollte. Alles klar. Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.